Herzlich Willkommen Leute zu einer Runde Recession 4 gegen 1 Räuber gegen Polizist wir müssen das Drogenhaus ausräumen und wer ist der Cop? Ja ich! Und Freezy ist der Cop! Da ist der Bulle! Okay ganz einfach spiel Payday 3 Payday ist ein Winz dagegen Ey komm 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 du nicht Tau Tau! Nimm das Geld mir, nehmt die Drohze! Ich hab den Cop gekriegt! Ja was das denn? Wo ist der Tresor? Wir brauchen bestimmt Drogen und kein Tresor! Ja wo ist der Drogentresor? Ich halt euch den Weg frei! Ich kann Kameras suchen! Komm 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 Wir wissen nicht mehr wo wir hin müssen! Ja hier zu mir! Nicht da lang! Nicht da lang Kundran! Kundra? Pass auf! Freezy du kannst mit der AB nicht umgehen Ja pass mal auf Headshot mit 360 Grad No-Scope Wo denn jetzt? Brauchst du da auf jeden Fall eine zweite Etage Oh der Bulle ist drin! Der Bulle ist drin! Sicher? Wo denn? Du darfst das doch nicht sagen! Er lebt doch noch! Ich lebe! Ist das der Bulle? Der kommt gerade raus! Ich hab ihn einmal ge... Einen Headshot! Er hat mich! Zweiter Headshot! Los! Mach hinne! Ich bin dran aber bis ich den Tresor offen hab dauert eine Stunde! Okay! Warte! Dein Knastbruder kommt hier zur Hilfe! Jawoll! Wie jawoll! Im Nahkampf! Ähm! Wo muss ich hin? Oh Gott ist... Alter ruckelt das hier! So! Warte warte ich muss kurz gucken! Komm es geht! Warte! Okay was muss ich machen? Hilf mir! Geil! Helf dir nicht! Komm auf die gute Seite! Komm zu der Polizei! Komm! Denk an welche Wissen! Okay du machst das? Das ist sehr schnell was du da machst! Komm zu mir! Ich mach das hin! Ich hab keine Waffen mehr ey! Oh! 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 Handgranaten fliegen hier durch die Gegend oder sowas! Oh! 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 Komm schon schnell! Ja ja! Bin dabei! Boah ey! Kann man mehrere Geldzecke nehmen? Ne! Die Polizei ist scheiße! Warte! Kuschela! Renn! Kuschela! Renn! Renn nicht! So jetzt sind die Diegel Jungs! One Click hier! Wo seid ihr? Bäm! Uhhh! Um die Ecke! Um die Ecke! Ja ich hab ihn gesehen! Ja ja ja! Ich bring ihn doch! Ja ich seh ihn! Schön! Boah! Ich bin tot! Boah! Da ich doch! One Click hätte hier ey! Hier da! Du kannst was lernen von den Dägel-Skills! Die Maus ist im Helm so hart! Alter! Die ist noch so 5000! Ja! Boah! Du bist die letzte Waffe! Du bist die letzte Waffe! Oh! Noch zwei Sekunden! Oh! Ich lebe wieder! Nee! Mach! Ja! Ich würde nicht rauskommen! Der Tresor hat einen Hinterausgang! Ich bin schon draußen! Ja ja! Nix sieht draußen! Leute er hat einen Hinterausgang der Tresor! Ja ja! Sehr gut! Glaube ich dir nicht! Ich kann mir was! Ich bin schon draußen! Ja ja! Ist klar! Das lustige ist er weiß nicht wo wir das hin tragen müssen! Mhm! Das wechseln die jetzt jedes Mal! Mhm! Guck dir mal dieses Gräser an! Die sehen aus wie komische Sachen! Wie Spargel! Wie Spargel! Oh! Oh Gott! Oh! Nein! Oh! 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 Alter! Oh! Oh! Okay! 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 Wo ist der Bulle? an der pullen knarre kann ich jetzt muss ich nachladen komm schon da du komm ich treffe ihn nicht die maus ist das tode du bist noch zu zweit ja leider warum bin ich so langsam springte doch mal machen den ich hab was auf der kamera gesehen machen den noch einmal fertig hinter mir haben kann habe ich mir einen headshot gegeben hat er nicht er ist oben drin er ist low ich werfe molly oben ins haus würde ich nicht tun ich habe einen von uns erschossen ich bin tot ok molly werfen ist nicht so leicht wir müssen ein wo kann man die fenster nicht kaputt wo ist er er hat mich erschossen da wo bist du er ist draußen ich bin tot ich bin auch draußen noch hast du mich erschossen nein ich hab dich nicht erschossen oder weiß ich nicht nein 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 ich hab schon wieder die sniper ich will die nicht ich nehm immer die sniper ich kann sie aber nicht wegwerfen war ein anderer war verhoffig ja das ist ja aber weg glaube ich ne da ist er doch doch ne 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 ich meine oh ich wohne mit dem kill ich glaube ich was du würdest den killen das war ein verräter ich muss den killen ja was denn was der kopf ist tot ja wir müssen dem kopf glaube ich ein bisschen mehr ausweichen der ist schon hart der kopf voll viel leben ich glaube 300 leben oder sowas ja mit der sniper rifle macht man dir echt gut schaden mit den anderen waffen nicht die 100 leben habe ich sogar alter jetzt alter 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 wieso treffe ich dich denn ich hast du da für eine gun free sie ich glaube er brennt ich brenne ich bin gefangen ich glaube er steht kurz vor uns du musst die innere treppe nehmen mach weiter die brennt die ganze zeit ich mach das damit er nicht rein rennt pass auf nicht dass er die innere treppe nimmt hast du geblendet der treppe? das rechte fenster kannst du raus ne das rechte nicht das wie weit bist denn du? ich ich muss ich eigentlich ducken? ja ja kundrad? ja wie weit ist der tresor? hm 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 doch das wird nix kundrad Alter wie viel molletout proktiert dann der typ dabei? ich bin doch draußen unendlich das geht nicht ich bin draußen handgranate ne ich glaube es geht nicht oh shit doch jetzt müsste es gehen die handgranate ach ne ist das kundrad lol du bist einfach durchs feuer ich bin einfach durchs feuer gelaufen kannst du mal hier gegen schießen aua ich glaube nicht dass das geht ne leider ich glaube auch nicht aua wie denn brennt das noch? gleich ist weg kommt schon du sitzt doch genau an der treppe ey nein äh 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 wie komm ich nicht raus aus diesem scheißhaus kundrad du kannst nicht durchs fenster doch nein oder der steht am polizeiauto auf der seite wo ich aus dem fenster geguckt habe nein jetzt musst du ihn irgendwie töten ihr beide boah fuck boah so so jetzt hol doch was äh ich muss wechseln hol hast du keinen dick money bag mitgenommen wow alex wow ich weiß nicht ich hab kundern gerettet gerade ja ich hab alex getötet hab ich nicht alles getötet oh fuck alex hat sich selbst getötet äh warum brennt das hier schon wieder? ja warum wohl unser feuerteufel oh komm dann macht ihr die points hab ich nur noch 21 schuss? ja deswegen was die aufwechseln ich hab auch keine schuss mehr gehabt schade ach hat alex hat alex sich selbst getötet? ja ich hab nachgeladen hab ich feuer geworfen ok wir müssen noch eine runde gewinnen ich glaube wir waren 5 runden oder so pro parte wir werden noch von eins gewinnen der kann doch nichts oh nein oh was hat er denn für ne genaue waffe der hat nur noch 50 leben ja 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 er kassiert gut er ist hinterm baum hinten links oh shit kann er einfach mal den Tresor anöffnen ist schon offen? ja noch nicht verraten ist noch nicht auf das dauert noch ein bisschen aber vielleicht wollte ich ja ice op frizzy ice op was hast du da drüber für ne klare er kriegt gut mit der AWP grade hinten am baum ist er ja ja nochmal gesehen wie ist seine klare warum hab ich ihr habt den sack verloren was du hast den sack verloren warum lässt du den sack fallen ja ich weiß es nicht ich will ich oh dalu ey hier fliegen Banaten was soll das ey ich wollte ihn mit dem Weg weg machen wir haben einen Traitor unter uns wir haben einen Traitor unter uns da gundan renn um dein Leben oh oh wir können es schaffen nein nein ihr seid zu zweit nur noch ein Moneybag ok ihr müsst ihn nur einmal noch töten oder ihn outplayen also easy Wann ich hab ihn in die Sicht genommen aber Wurfarme haben die halt auch wie 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 wir keine kribbeln ich geh da rein der ist bei mir kannst ja komm geh durch geh durch schaffst du easy ich halte den hier immer noch auf das ist ja genau abgezählter Geldbeutel holy shit lebst du noch abgeben mit E du musst ihn abgeben einfach oh 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 wie das aussah so wir gewinnen die Runde Leute wir gewinnen die Runde los Lauf Alex lauf 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 rein da ja nein ey 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 letzte Runde alter mal eine Waffe okay interessieren kann ich Waffen wechseln kann man Waffen wechseln ach du kannst du hast mehrere Waffen dabei er läuft nach links schon weg er kommt wieder linke Hauswand mehr Feuer ich bin tot oh Gott Leute ich brauche Hilfe ich habe hier ein Duell ich muss da warten Alter wie viel Leben hat oh ich bin tot oh was what the fuck mit one shot alter was na gut wir haben keine Rüstung an halt ne ja wen habe ich einen getötet ja mich ja mich ach du hast zwei sogar gekillt ich auch äh mich auch hä der hat alle gekillt der ist doch vorbei ich bin tot ich bin tot ich bin tot ich bin tot wir haben uns eine Runde geholt wir werden mal die Map ach es ist vorbei bei 5 passt ja perfekt was ein Wunder wow wir werden noch einmal die Map wechseln ich hoffe es hat euch gefallen wir sind so wieder schon bei einem vorbei bis dann was geschafft tschau tschau